Herzlich willkommen in unserer Viva Dekor Kreativwerkstatt. Das Produkt, das ich euch heute vorstellen möchte, ist unsere Multicolor. Multicolor ist eine hochdeckende Farbe, die jedes Künstlerherz höher schlagen lässt. Als Projekt habe ich mir heute einen Kräutertopf ausgedacht. Ihr braucht dazu einen Terrakottatopf, Multicolor in zwei Farben, Pinsel und ein Schwämmchen. Die Farbe kommt in einer Malflasche, sodass ihr direkt aus der Flasche auf den Gegenstand auftragen könnt. Mit einem Pinsel wird die Farbe einfach verstrichen. Multicolor ist hochpigmentiert, daher eine hochdeckende Farbe, die wirklich auf vielen Untergründen hält, von Glas aber wieder abziehbar ist, weil sie leicht flexibel bleibt. Achtet bitte darauf, den Topf komplett zu versiegeln. Wenn später Wasser eindringen sollte, würde sich das Terrakotta vollsaugen. Nach dem Trocknen nehme ich die zweite Farbe, in diesem Falle weiß und streiche den Rand an. Nach dem Trocknen widmen wir uns dem Rand zwischen Innenseite und Außenrand. Dazu benutze ich ein Schwämmchen und trage auf das Schwämmchen etwas Lilane Multicolor auf. Nun betupfe ich den Rand einfach mit der Farbe. Nun ist auch der Rand komplett mit Farbe versiegelt. Nach dem Trocknen nehme ich einfach wieder die weiße Multicolor und schreibe direkt mit der Spitze den Namen des Kräuters drauf, welches mal in dem Topf sein Zuhause finden soll. Wie ihr seht, ist es ganz einfach mit Multicolor seinen Kräutern einen schönen Topf zu verleihen. Ich denke, ihr habt auch viele Ideen dazu und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß mit Multicolor von Viva Décor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Louis